Im Leben nicht, Fräulein! Nö, 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 nö! Ja, 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 ja! Ich hab's mittlerweile raus, was du treibst, Freundchen! Hehehe! Na komm! Na komm zu Papa! Na, trau dich! Na komm! Boop! 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 Ja, hi! Wie Pechina! Nein, Mist! Du kleine Drecksau. Ich war etwas beschäftigt mit diversen Dingen. Oha. So. Ich warte jetzt den Counter hier ab. Ne? So. Den hier. Ne? Machtstoß. Weil. Ist das Mistding nämlich im Eimer. Jawohl. Der krieg jetzt gleich erstmal volle Suppe da. Ne, ne, ne. Machtstoß rein. Und dann ist Ruhe im Karton. Mistvieh. Stirb. Oder auch nicht. Oha, jetzt aber. Stirb. Hehehehehe. Ne, 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 ne. Ach, bist du auch wieder aufgestanden, Junge. Ach, da steht ja noch einer von diesen... Warte mal. Da steht einer. Da steht einer. Hey, 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 hey Oh wow Oh come on Ja genau Ich bin überhaupt nicht mehr im Winkel man Willst du mich denn da getroffen haben Was Äh hallo Natürlich Ja 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 ähm ist klar Wieso liegt eigentlich der Falk schon wieder auf der Fresse Kann man bei einer sagen Tu mal was für dein Geld Junge Kann ja wohl nicht wahr sein Oh Dankeschön 77 Mal bin ich jetzt schon verreckt in dem Game Ich glaub's nicht Alter Falter ey Loll Okay mit dem Treffen übe ich nochmal Okay der eine hat irgendwie einen Laser Der andere hat keine Ahnung was Wie ne Wow Natürlich setzt du mich in Brand du Pfeife Oh das gibt's doch nicht Diese blöde Pfeife setzt mich echt in Brand Und Einfach nur wow Das gibt's doch nicht Hahaha Sag mal was hab ich denn da für nen Begleiter Das kann doch nicht wahr sein Na das ist genauso gut wie der letzte da Der da einfach mal ne Rakete abgeschossen hat Direkt vor meine Nase Hahaha das gibt's doch nicht Die haben noch nen Sackenschuss man Ich helfe dir Ohja du bist echt zu blöd zum scheißen kann das sein Unfassbar Das bleibt nicht ungestraft Das bleibt nicht ungestraft ja Setz dich erstmal selber in Brand du Pfeife Ich helfe Also Treffen tut auch nicht wirklich ne Oh doch jetzt Okay du machst aber weiter Ich loote Hm Ja Ist natürlich jetzt besonders hilfreich Dass ich äh hier das Problem habe Dass ich hier den falschen Typen anvisiert hab die ganze Zeit Wie kann ich denn hier wechseln verdammt Natürlich 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 Ja RIPt ne Ohhhh Das kann doch nicht wahr sein Also Kann mir mal bitte Der ist echt also mal ganz ehrlich den Begleiter ne Unglaublich Unglaublich Tue mir doch mal gefallen und treff auch Mal nicht mich zumindest Unglaublich Oh da ist sogar ne Mine Ach guck an Ich greife an Ich treffe den die ganze Zeit und der trifft trotzdem weiter Ernsthaft? Also laut dem Game Soll man die Angriffe verhindern können wenn man zu Ersan greift So Funktioniert grad nicht Definitiv sogar nicht Ist aber ein schlechter Witz gerade Absolut schlechter Witz gerade Langsam wird's nervig Vor allen Dingen der andere war da hinten am Arsch der Welt Wieso greift der auf einmal mit an? Scheiße da Jaja Na komm Komm mal mit Komm mal mit Sonst haben wir ja keine Feinde mehr hier Ach wie schön Das bleibt nicht ungestraft Das bleibt nicht ungestraft Komm mal Lol Ernsthaft? Mch Mch Alter ich bin ich stehe 10 Kilometer entfernt und der trifft noch Ernsthaft? Mch Stürb! 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 So! Blöde Sau! Ich bin direkt hinter dir! Das beruhigt mich jetzt nicht wirklich. Bin direkt hinter dir? Fick dich! Okay, da ist die Mine losgegangen, sehr schön. Okay, er musste mal wieder ein bisschen Flammenwerfer spielen hier. Okay. Okay! Okay! Läuft! Nö! So! Okay! Meine Güte! Hm. Gut! Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufgeräumt haben hier, würd ich sagen. So in etwa, China! So in etwa! Meine Güte, ey! Unglaublich hier! Unglaublich! Unglaublich! Das ist Hardcore hier, echt! Und bedenkt mal, ich spiele das nur auf normal! Ich spiele es sogar nur auf normal! Das müsst ihr euch mal reinziehen! Das ist ja der Witz an der Geschichte! Ne, also Code finde ich hier nirgendwo! Das ist irgendwie... Ich mein, ich kann mich zumindest jetzt mal hier ordentlich umgucken, ne! Ohne dass mir da irgendein Vieh irgendwie über den Weg läuft oder so! Tja! Ne, Code ist keiner hier! Schade! Na gut! Da ist noch ne Mine! Und irgendwo hier sollte doch eigentlich auch... Sollte doch der Waffenhändler sein! Ah! Oh Gott! Jaaa! GG! Da war noch ne Mine! Jaaa! Aaaaaaahhhhhh Mann, 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 mann Jetzt ist aber mal langsam gut mit den Minen, ne? Kann ja wohl nicht angehen So, okay Und da hinten waren wir glaube ich auch schon Meine ich jedenfalls